Was sind die Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung? Eine Zwangsvollstreckung wird durchgeführt, wie man so schön militärisch sagt, wenn ein vollstreckbarer Titel vorliegt. Ein vollstreckbarer Titel ist also die erste Voraussetzung. Ein vollstreckbarer Titel ist zum Beispiel ein Gerichtsurteil oder ein Vollstreckungsbescheid. Und die Zustellung. Dieser vollstreckbare Titel muss dem Schuldner zugestellt worden sein. Wenn das passiert ist, dann sind die Voraussetzungen gegeben und eine Zwangsvollstreckung kann durchgeführt werden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.